Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zur Borson-Zweck-Aus100 und hier geht es direkt wieder ab. Und genau, hier geht es weiter in der vorletzten Mission, glaube ich, der Alpha-Campagne. Und ja, wir waren jetzt hier tatsächlich uns am Sammeln für den großen Angriff, aber die Gegner hier, die kommen ganz schön gut angeschissen, muss ich sagen. Schau euch das mal an. So, ähm... Wir haben relativ, wir haben relativ große Probleme, muss ich sagen, was das angeht hier. Ähm... Aber... Wir haben zum Glück einen ganzen Pool an Verstärkungs-Einheiten. So, ja... Aua... So, jetzt weg damit. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal vor. Angriff ist die beste Verteidigung. So, ihr seht das, die können nämlich auch übers Wasser. Hahaha, so, genau. Die können nämlich auf dem Wasser schwimmen hier, die Einheiten. Weil es Hover-Einheiten sind, genau, weil die schweben. Richtig. Also, wir haben quasi Boote, oder was das ist. Wie man es nennt, ja, Boote. Richtig cool. Und, äh... Sind mit meine Lieblings-Einheiten hier. So, damit machen wir jetzt endlich mal hier die Boka-Platz. Jo, ähm... Hier kommt aber keiner rein. Ah, da kommt da wieder mit seinem Kack-Manneken. So, äh... Wir können die, denke ich, mal outrangen hier. Ja, das ist ganz gut. Alter Schwede. Blöde Manneken. Ja, wir können hier tatsächlich stehen bleiben. So. Die können wir da wirklich schön outraged hier. Ähm... So. Ei, 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 ei. Okay, das ist jetzt uncool, dass sie da die Bauer kaputt geschossen haben. Ähm... Das ist uncool. So, dann kommt man bitte hier wieder nach unten. Ne, mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. So. Ähm... Weiter geht's hier. Bestärkungen sammeln. Okay. So. Ähm... Die produzieren noch, das ist gut. Und, äh... Genau, dann einfach mal hier weiter wieder nach oben. So. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Okay, das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir brauchen Energie, ey. Leute, Leute. Bunkerbaster, deswegen. Ach, ihr Penner, echt. Es geht weg. Verdammte Axt. So, alter Schmiede. Uiuiui. Die haben ganz schön viel Zeug hier. So, da sind unsere nächsten Einheiten. Aber ich glaube, wir haben jetzt nur noch Panzer übrig. Das tut weh. Das tut gerade echt weh. Wir haben nichts mehr übrig. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Vielleicht müssen wir die Mission nochmal neu starten. Dann am Ende war. Da kommen sie schon wieder. Das gibt es ja nicht. Das glaube ich ja jetzt nicht. Das glaube ich ja nicht, ey. Wo kommt die her? Wo kommt die her? So, jetzt machen wir diese blöden Teile hier weg. Boah. Äh. Mach den Mist weg. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Mach diese Bunker da oben weg, Mensch. Och, jetzt nicht schon wieder. Mein Gott. So, ähm. Da oben das Zeug. Wieder so ein Trommertransport. Äh, ja. Manneken wieder. Manneken wieder. So. Alter Schwede. Das ist echt hart. So, hier. Rauf da. Rums. Und weg damit. Hier hinten auch, bitte. Oh Gott. So, hier oben. Okay, zurückziehen. Zurückziehen. Da kommen sie nämlich mit ihren Bunkerbustern an. Und wir können wieder Verstärkung anfordern. Hehe. Unsere letzte Einheiten. Wie krass. Unsere letzte Einheiten. Weil wir keine Energie mehr haben. Ja, das ist gerade irgendwie. Ah, diese blöden Medikten. So, dann. Ah, so. Weg damit. Mach den weg. Das kann doch nicht wahr sein, wie... Ja. Wie viel die aushalten, ey. Echt krass. Wie viel die einfach aushalten, hier. So. Ähm, dann hier oben drauf. Ja, wir haben jetzt hier vorne die Bunker platt, aber... Und da kommt schon wieder Baniken im Hintergrund. Wie gesagt, das kenne ich aus Command & Conquer ein bisschen anders mit dem Baniken. Die sind ja hart hier, ey. So, dann hier oben und... Ja, toll. Wir haben keine Einheiten mehr. Wir haben nichts mehr. Zwei Stück. Mach den Mist da oben weg. So. Das blöde Medikten weg. So. Die geben mir echt langsam auf die Nerven mit der Medikten ohne Witz. So, dann zieht euch mal zurück, bitte. Zieht euch mal bitte zurück. So. Stellt ihr euch mal nach vorne hin zum Verteidigen. Wir müssen uns mal reparieren. Wir müssen uns mal heilen. So. Puh. Hallo. Na gut. Die KI in dem Spiel ist es halt wirklich, ne? Ja, wobei, wir haben doch hier die mobilen Einheiten. So. Wie kommt auch mal bitte zurück? Das wird da so ein bisschen hart hier. Das wird mir ein bisschen zu heftig. Also echt. So. Die sind alle heile, das ist gut. Oh, das ist jetzt aber... Das ist aber jetzt gemein. Kommt ihr genau in dem Moment da angeschissen? Oh. So. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ihr nervt. Weg. Nichts da. Mein Mann, 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 Mann. So. Hä? Freunde, Freunde, was ist denn hier los mit euch? So. Die Einheit wird angegriffen. Puh. Die Einheit wird angegriffen. Wie die Einheit direkt weg sind, ne? Das ist unglaublich. Die Einheit wird angegriffen. Das ist Mann, Mann, Mann. Die Einheit wird angegriffen. Ich hasse sie. Die Einheit wird angegriffen. So. Weg damit. Ja. Sehr gut. So, wir haben nur noch eine Stunde Zeit. Landezone nicht sicher. Einheit wird angegriffen. Landezone sicher. Oder sie versuchen es zumindest. So. Mein Gott. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. So. Einfach mal eine kleine Pause machen, auch wenn wir es uns eigentlich von der Zeit her nicht leisten können. Aber, wir haben hier das schon mal platt gemacht. Das ist schon mal gut. Müssen wir uns jetzt hier weiter durchschlagen. Okay. Da sind wir in unseren nächsten Einheiten. Aber hier noch mehr. Ja, wir haben wieder vier Stück. Mit einem LKW. Das ist gut. So. Wow. Da kommt es jetzt aber an, hier. Die nerven aber ganz schön hier, muss ich sagen. Oh Gott. Wir haben keine Energie. Das ist halt der Kack. Wir haben keine Energie, Freunde. Ja, jetzt lasst ihn da raus. Oder ja. So, genau. Da kommt nämlich noch ein feindlicher Transport an. Und wir sind hier, ja, total, total am Ende, was das angeht. Ja, super. Shit. Aber wir haben wieder sehr viele komplette Einheiten. Finde ich gut. Da sind sie. So. Dann mal los hier. So. Und direkt weg damit. Weg mit dem Mist. Weg mit dem Scheiß. So, da sind noch mehr. Angriff ist die beste Verteidigung. Ganz einfach. So. Kommt da wieder mit seinem Drecksmedding an, hier. Aua. Aua. Die hauen rein. Die Männeken hauen echt ganz schön rein hier, muss man sagen. Ja. Ist ja gut. Ist ja gut jetzt. Habt das bald. Boah. Boah. Einheit wird angegriffen. Meine Güte. Einheit wird angegriffen. Das ist hart. Einheit wird angegriffen. Ist echt hart hier. So. So, dann gucken wir doch mal auf. Jetzt sehen wir mal ein bisschen weiterkommen. Einheit wird angegriffen. Das sind Flammenwerfer-Mäniken. Ich merke es gerade schon, ja. Die Flammenwerfer-Mäniken sind extrem scheiße gegen, äh... Boah, guck mal da. Scheiße gegen Havereinheiten. So. Und ihr kümmert euch mal bitte hier drum. So. Mein Gott. Den haben wir weg. Sehr gut. Wie lange die für die Medik gebrauchen, ne? Ach, die... Äh, nein. Das ist so bescheuert. Einheit wird angegriffen. Landezone nicht sicher. Gebäude wird angegriffen. Gebäude wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Da haben sie mich jetzt hier echt komplett dezibiert. Wow. Alter, wie krass. Wie krass ist das denn? Sorry, aber... Boot ab. Also wie man das schaffen soll, äh... Manik, kümmert ihr euch bitte? So. Mein Gott. So, jetzt hier rein. Einfach rein. Ah, nein. Schon wieder Maniken. Ich hasse die Maniken. Ah, wir haben wieder Einheit zur Verfügung. Zehn Stück. Einheit wird angegriffen. So. Irgendwie einfach hier durch. So. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ei, 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 ei. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke, Freunde. Wow. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Dieser Bonker. Einheit wird angegriffen. Ah, der ist auch fast kaputt. Okay. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Brrrr. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. da kommen unsere verstärkungen sehr gut haben wir auch wieder ein lkw sehr schön schon wieder so ein feindlicher transport zum scheiß da kommt es ja schon wieder das gibt es ja wohl nicht doch auf das spiele kommt die da voll bei er hier 155 strukturen ne das schaffen wir nicht das schaffen wir nicht um gottes willen nein 155 strukturen niemals niemals never ever so und weitere einheiten schicken macht diese scheiß dinge alter weg keine chance das ist zu viel das ist zu viel das ist zu viel was machst du denn da schon wieder du idiot die heileinheit auch einheit wird angegriffen einheit wird angegriffen ist auch fast kaputt pfff oh gott einheit wird angegriffen landezone nicht ja da kommt es jetzt wieder ne einheit wird angegriffen einheit wird angegriffen landezone sicher einheit wird angegriffen einheit wird angegriffen einheit wird angegriffen einheit wird angegriffen ei 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 freude also das ist echt einheit wird angegriffen hallo kommt ihr mal kommt ihr mal vorbei hier was ist los ihr habt keinen bock oder was einheit wird angegriffen das ist zu hart zu hart Ich würde sagen, wir laden es einfach noch mal. Meine Güte! Oh Gott, das Löder-Speicherstandort. Mach mal bitte Pausierung mit einer Produktion. So. Ähm. Wir müssen uns mal hier mal wieder aufbauen, tatsächlich. So, ähm. Jo. Das heißt. Oh, das gibt's doch nicht. Kommt hier einfach zackt die Mauer weg, ey. Unfassbar, echt. So. Ja. Toll, der ist auch fast kaputt hier. Ja, super toll, ne? Super toll, echt. Aber ey, wir haben's überlegt. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Äh. So. Wir müssen uns einfach irgendwie sammeln. So. Einfach sammeln. Einfach sammeln. Konstruktion abgeschlossen. Du kannst bitte hier oben hängen. Ja. Die Medikin einfach wegmachen. Ja. Genau so. Na, weil die Panzer kriegen wir so auch weg. Die kriegen wir so nämlich auch weg, wie ihr seht. Gebäude wurde angegriffen. Ähm. Dann. Einheiten. Ei, ei, ei. Was machst du denn? Reparier dich doch. Oh, es sind so viele. Gebäude wurde angegriffen. Landezone sicher. Da oben kommen sie auch wieder an. Ja, das sind... Ach, die Bunker war's da deswegen. Gebäude wurde angegriffen. Landezone sicher. Äh. Warum müssen das so viele sein? Landezone nicht sicher. Landezone sicher. Äh. Mensch, nochmal. Das ist ja wohl jetzt nicht wahr. Das ist so schwer, Freude. Das ist wirklich hart, also. Ich verwirre es doch schon mit Bauern. So, da kommen wieder Einheiten. Sehr schön. Verstärkungen sind eingetroffen. Dann einmal reparieren. Konstruktion abgestoppt. So, mach's bitte hier einmal mehr, ähm... Noch mehr. Na, so hin. So. So. Wir brauchen einfach noch mehr davon. Noch mehr von allem hier. Äh. Wir brauchen einfach eine richtig krasse Armee. Nicht dieses, äh... Zerstückelte. Das bringt nichts, Freunde. Dieses Zerstückelte, das bringt nichts. Also dieses, äh... Schritt für Schritt Einwalten. Das bringt hier nichts. So. Wir warten einfach mal weiter ab. Kommt ihr immer nach hier unten, bitte. So. Und einfach mehr. Einfach mehr von allem. So. Musst du da nicht dran, schade. Der ist nämlich so kaputt. So. Einfach, einfach, einfach verteidigen. Einfach, einfach abwehren. So. Genau so, ja. So, und dann können wir hier weiter produzieren. Verstärkungen sind eingetroffen. Ah, okay. Da kommen sie da oben wieder an. Ja. Aber diesmal nix da. So, Freunde. Ich glaube auch nicht, dass wir hier diese, ähm... Diese Bunker kaputt machen müssen unbedingt. Naja, lass mich in Ruhe. Mach den kaputt. Danke. Okay, dann können wir hier mal wieder... So, genau. Wir brauchen einfach mehr Verteidigung. So. Der Beude wird angegriffen. So. Okay. Also danach dann die Sachen reparieren. Wir können uns hier noch Einheiten holen. Konstruktion abgeschlossen. So. Meine Güte. Ist echt hart. Konstruktion abgeschlossen. Die haben ja auch wieder was kaputt geschossen. Das war... Unfassbar. Unfassbar, diese Leute hier. Schlimm, schlimm. Konstruktion abgeschlossen. So. Aha. Bleib weg, ja. Bleib schön weg da oben, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, die Mörser, die bringen es gegen Mäniken. Ich merke es gerade schon. Bleibst du hier stehen? Beziehungsweise... Ja, warte mal. Oder baue hier weitere Dinger auf. So. Und weg. Jo. Alles klar. Gebäude wird angegriffen. Landezone nicht sicher. Landezone... Ja, die Landezone ist wieder sicher. So. Weil wir jetzt nämlich einiges am Mörser blieben. Hier. Verstärkungen sind eingetroffen. So, Wehreinheiten. Danke, danke, danke. Noch mehr, bitte. Sind zwar nur noch sechs übrig, aber scheiß drauf. Wir brauchen alles, was wir kriegen können hier. So. Meine Güte. Gebäude wird angegriffen. Gebäude wird angegriffen. Jo, da sind sie wieder. Und der haut wieder ab. Und tschüss. So muss das laufen, Freunde. So muss das laufen. Jawohl. Okay. Dann können wir hier eigentlich wieder... So. Einmal den machen. Genau. Und der ist direkt weg. Landezone nicht sicher. Sehr, sehr, sehr gut. Ach, wir haben nur vier Minuten. Was? Okay. Ja, dann. Keine Ahnung. Macht das halt so. Hey, du sollst hier unten bleiben. So. Da kommen die Nächsten. Und dann können wir, glaube ich, nochmal loslegen. Verstärkungen sind eingetroffen. Nummer eins. Meldet. Jo. Das ist nämlich dann Gruppe 1. So. Und dann können wir das hier mal aufmachen. Du kannst mal auf Seite fahren. Und ihr könnt jetzt mal nach draußen fahren. So. Konstruktion abgeschlossen. Einmal alle nach draußen. Wir haben jetzt nämlich noch drei Minuten. Aber ich würde sagen, den Angriff, den machen wir jetzt noch. Was willst du eigentlich die ganze Zeit reparieren? Einheit wird angegriffen. Bau doch einfach mehr Verteidigung hier auf. So. So, genau. Dann können wir eigentlich sagen, ja, hier unten her. He, genau. Bam. Weg damit. So. Dann haben wir nämlich schon eine richtige Festung hier. Aber wir haben sogar noch zwei. Ach nee, warte. Komm. Ist okay. So, dann haben wir jetzt hier nämlich einiges an Einheiten. Und dann würde ich vorschlagen. Ja. Aggressiver Vormarsch. Aggressive Bewegung nach vorne. So, dann gucken wir doch mal, wie wir uns jetzt hier schlagen. Diese Wettigen, ne? Das ist unglaublich, ey. Au. Ein Bombard ist weg. Noch ein Bombard. So, ja. Alles klar. Dann aggressiver Marsch hier. Ab nach vorne. Einheit wird angegriffen. Hohohoho. Einheit wird angegriffen. Das sind so viele. Das muss noch reichen. 64 Einheiten. So. Eier, da sind sie wieder. Guck mal da. Guck mal da. Und dann rein hier. Los. Und dann sind eingetroffen. Scheiß auf die Medikin. Guck mal ehrlich. Ja, nehmt ihn noch mit. Rein hier. Los. Rein hier. Hallo. Ich hab gesagt, rein hier. So. Einfach mit Waffengewalt. Einfach Waffengewalt. Einfach Waffengewalt. Ja. Einfach Waffengewalt hier. So. Sammelt euch mal nach vorne. So. Jetzt einen nach dem anderen. Tö. Mal gucken, ob's reicht. Ich... Es sieht wieder schlecht aus. Ganz ehrlich. Es sieht schon wieder kacke aus hier. Ich weiß auch nicht, wo die die ganze Zeit draufschießen. Warum kann ich wieder keine... Hallo. Boah. Äh. Ich brauch'n Bunkerbuster wahrscheinlich fürs nächste Mal. Ja, ja. Äh. 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 Okay. Wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Okay. Da ist auch jetzt die Uhr tatsächlich. Okay. Das ist mir zu hart. Ganz ehrlich. Das ist zu heftig. Einheit wird angegriffen. Was ist das für eine Mission? Ja. Einheit wird angegriffen. Tatsächlich nicht. Einheit wird angegriffen. Wie wir das jetzt hier angehen können. Ähm. Keine Ahnung. Gut, Freunde. Ähm. Ich würd' nur sagen, wir laden es jetzt nochmal. Und ähm. Genau. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ähm. Ziemlich knackig auf jeden Fall. Also. Vielleicht müssen wir da auch mit Flammenwerfern arbeiten und Bunkerbossern und allem Möglichen. Aber. Ja. Nicht gerade einfach. Okay, liebe Freunde. Dann würd' ich sagen. Wenn ihr noch Tipps habt, Tipps habt gerne in die Kommentare. Ähm. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Äh. Würd' ich mich sehr freuen. Herzlich jetzt gerne weiter den Kanal. Und genau. Wie es hier weiter geht, wird auch beim nächsten Mal. Und ja. Da würd' ich sagen. Ich wünsche euch mal schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.